hey leute willkommen zu einer neuen folge gta online und zwar ist das ein kleines tutorial für die leute die ihr neuen fahrzeug gegen die autotüren öffnen wollen und zwar folgendes ihr geht auf das touchpad runter scrollen auf fahrzeugtüren dann könnt ihr aussuchen was ihr halt öffnen wollt und wir öffnen einfach mal jetzt nur die motorhaube ich schau mal in den raum rein so ganz witzig aber viel witziger ist wenn man einfach mal auf alle klickt sieht ziemlich nice aus ich hoffe ich konnte euch damit helfen und würde mich dann in dieser abstelle wieder abschieben und reinhauen